Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute gibt es ein logistisches Video zu diesem Junk Journal. Erstmal freue ich mich total über neue Abonnenten, natürlich auch über die alten Abonnenten, und ich freue mich über eure Likes und Kommentare und die sind noch so ein bisschen wenig. Das heißt, schreibt mir doch einfach mal was. Würde ich mich echt darüber freuen. So, jetzt geht's in die Büt. Wir sind jetzt hier beim nächsten Video zu dem Junk Journal Fragen des Lebens. Wir wollen 160 Fragen in zwei Signaturen unterbringen. Einiges gecraftet wie Tags, Kärtchen und so weiter. Und wir haben noch eine ganze Menge über. So, was habe ich dann jetzt zwischenzeitlich gemacht, als wir nicht auf Sendung waren hier? Ich habe die längeren Fragen, die es gibt, also die, die eine Antwort von mehr als ja, nein oder ein Wort oder zwei Worte bedürfen, die habe ich hier schon mal verteilt. Noch nicht eingeklebt, noch nicht distressed. Heute ist ein Logistik-Video. So, wir gucken mal, welche Fragen wir noch wo unterbringen können. Hier sind noch, ich habe zehner Häufchen gemacht, rund eins, zwei, drei, das ist nicht ganz zehn, also 37 Fragen müssten sein, wenn ich mich nicht verzählt habe, die wir noch unterbringen wollen in den Tunnels. Es sind so kleine Plätze wie hier für so Ja-Nein-Fragen und die meisten hiervon sind Ja-Nein oder Ein-Wort-Fragen. Die möchten noch verteilt werden. So, ähm, außerdem möchte ich schauen, wo ich noch diese ausgeschnittenen, vorgeschnittenen Stimperia-Papiere unterbringen kann. Das sind noch so Seitenerweiterungen, so Ausklappdinger, weil hier und da, äh, können wir es gebrauchen und ich möchte diese wunderschöne Papier unterbringen. Und ich möchte gucken, wie ich diese Karten hier im Journal, ähm, verteile. Es wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig für mich, wenn ich die schon überall reinpacke, weil dann weiß ich wenigstens, dass alles einen Wohnort hat. Ich muss vielleicht für mich noch Täschchen oder, ähm, kleine, ja, Tag-Spots oder was auch immer hier reinbauen. Deswegen möchte ich jetzt hier mit euch einfach durchblättern und gucken, was könnte man wohin craften. Gegebenenfalls auch gleich hier, ne, noch mal Tape. Hier haben wir Schere. Gleich die Stimperia-Teile mit einbauen. Fangen wir mal mit der ersten Signatur an, weil mit der, äh, Karten, nee, Fragen hüpft mal. So, die drei hier möchte ich in diese Signatur mit einpacken. Das hier ist die andere Signatur, die darf jetzt hier erstmal ein bisschen schmeichen. Ich guck mal eben, ob ihr das alles sehen könnt. Oh, hart am Rande, dann schauen wir das Ganze mal ein bisschen höher. Liebe Signatur, machst du bitte mit, vielen Dank. So könnte das bestimmt besser sehen. Achso, genau, hier habe ich vergessen vorzustellen, ist noch meine Deko für den Rand. Wir haben ein bisschen Mull, wir haben mal ein bisschen Spitzenblümchen, wir haben hier noch so einen kleinen süßen Deulie und, ja, hier dachte ich mir, machen wir so Fähnchen an die Seiten. Und meine süßen Klammern dürfen nicht fehlen. Bisschen Stimperiapier. Von den Schnitzeln habe ich auch noch mehr, müssen wir mal gucken. Das muss ja nicht zu krass bunt sein. Das darf bunt sein, ja. Und mit denen hier kann man zum Beispiel auch mal so eine kleine Ecke machen, wo man dann eine Karte reinsteht. Wenn was fehlt. So. Bessern wir mal durch. Also verteilt, wie gesagt, die habe ich hier eingelegt. Hier habe ich ja Fragen drin, die werden auf dieser Seite sich niederschlagen. Das wäre dann was für die nächste Seite. So. Plan A. Drei Seiten möchten hier mit eingebaut werden. Wo sind die besten Plätze dafür? Teil 2. Welche Karten können wir wohin stecken? Weil so viele Steckplätze haben wir nicht. Und gerade diese schweren Tags, die möchten natürlich einen echten Wohnort haben. Abgesehen davon, dass sie noch ein Band brauchen. Ich weiß, falls jetzt jemand sagt, du hast gerade ein Band reingepackt. Ne, habe ich noch nicht. So, das hier würde doch wunderbar farblich auch hier anpassen. Check gekauft. Hier haben wir schon eine Seitenerweiterung dran. Hier noch nichts. Theoretisch, praktisch, gut, könnte man hier die nächste Seitenerweiterung machen. Die ist kürzer als der Rest. Das heißt, ich kann sie nicht hier unten hinpacken. Ich sehe gerade, irgendwie ist die eh ein bisschen breit. Die auch. Die muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen kürzen. Das kann ich ja tun. Aber die Garten, also die hier, würde ja hier hin passen, ne? So, hier haben wir einen schönen gezackten Rand. Diese Zacken-Dingens habe ich auch von Oma und Opa bekommen. Das ist eine super coole Bütten-Schneidemaschine. So, einfach eine Biotine. Supergeil. Ich liebe das Ding. Das hat mir schon so viele tolle Karten hier beglückt, sag ich mal. So. Schnapp-die, schnapp-die. Eins. Ah, komm schon. Zwei. Bei diesem Stamperia-Papier ist ein schöner Tipp für mich, also für euch von mir. Ein Tipp, ähm, wenn ihr die rausreißt, da ist da so eine Gummi-Abreißkante, sag ich mal. Geht da noch einmal mit der Guillotine drüber oder so. Oder irgendein und dann schneidet das wieder mit der Schere oder Schmögelpapier. Geht auch, dass man mal so rüberschmörgelt. Ähm, weil da bleibt so eine kleine gummierte Kante, die so rau ist. Macht nicht so viel Spaß. So, genau. Und jetzt haben wir hier wieder ein Teil, wo wir zwei Fragen unterbringen können. Was haben wir denn hier? Welchen Tag aus deinem Leben, ähm, welchen Tag aus deinem Leben, einen Tag aus deinem Leben wiederholen könntest? Mein Gott, Sprachfindungsturm. Welcher wäre das und warum? Und was ist das peinlichste, was dir je passiert ist? So. Ich will immer sehr, sehr unterschiedliche Fragen auf eine Seite bringen. Zum Beispiel, glaubst du, dass es wichtig ist, was Künstlerisches zu lernen? Passt dir wunderbar hin. Und in welchem Land würdest du auf keinen Fall leben wollen? Das ist vielleicht ganz interessant. Ja, warum nicht? Das sind ja einfache Fragen. Das sind ja Ja-Nein-Fragen bzw. Ein-Wort-Fragen. So, gekauft. Wir haben schon wieder zwei Fragen mehr untergebracht. Dann geht's hier weiter im Text. Hier kommen nämlich auch noch einzelne Fragen hin. Fällt mir nämlich gerade auf. Die können wir direkt mit einsortieren. Und dieses Papier wird nicht so schön, deswegen wollte ich kurze Fragen nehmen bzw. Sachen mit kurzen Antworten. Das ist meine Lieblingsfrage. Wenn alle Tiere reden könnten, welches Tier, denkst du, wäre am nervigsten? Herrlich. Ich bin mir gar nicht sicher. So, Kaffee oder Tee passt hier auch noch wunderbar hin. Die beiden. Wohl, Kaffee oder Tee sind nur kurze. Die passt auch woanders wunderbar hin. Das ist doch schön. Ist es in Ordnung, etwas Falsches zu tun, wenn es nie jemand herausfinden könnte? Das ist doch einfach nur eine Richtlinie. So, hier haben wir auch die Fragen, die Sachen, die Seitenerweiterung. Hier haben wir auch eine Seitenerweiterung. So, Freunde. Jetzt wird's langsam eng. Wir haben nämlich noch zwei Sachen, die hier Einzug halten wollen. Die aber noch ein bisschen geschnitten werden sollen. So, hier haben wir auch schon eine Seitenerweiterung dran. So, hier haben wir wieder so ein Luise-Heinzel-Papier. Achso, ich bin ja doof. Ich hatte ja festgestellt, dass sie eh zu breit sind. Ich wollte die ja so anbringen. Ich habe jetzt einfach nach dem Hintergrund geguckt, weil das andere Stück, was ich gerade eingebaut habe, hat den gleichen Hintergrund wie dieses. So, das baue ich hier an. Ich möchte nämlich immer ein bisschen Abwechslung hier drin haben. So, ich denke auch mal, dass ich auf die schönen Luise-Heinzel-Frontseiten auch noch eine kleine Frage packe. Das ist mir immer fast so schade, um da irgendwie drauf rumzuschreiben. Andererseits, es ist Papier in einem Journal. Das hat den Sinn, darauf rumzuschreiben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also, ich habe auch immer Skrupel hier, diese schönen Stemperia-Blöck-Ausnahme zu schneiden. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so diesen Papier-Fable, dass ich irgendwie ein bisschen Grusel habe, tolles Papier zu zerschnipseln. Hier wieder Stoß an Stoß und auf keinen Fall überlappen, sonst habt ihr immer was, was absteht. Schön andrücken, einklappen. Fertig ist die Seitenerweiterung. So, hier passt mal mindestens noch ein, zwei Fragen. Oh, die ist schön. Glaubst du an Seelen-Verwandtschaft? Was haben wir noch? Kannst du dir vorstellen, einen Fallschirmsprung zu machen? Die beiden sind toll, oder? Ich finde die super. So. Jetzt wird es hier schon ein bisschen eng mit Seitenerweiterung, weil wir sind beim letzten. Müssen wir nochmal anfangen. Haben wir nicht hier vorne noch irgendein Plätzchen, wo wir eine Seite erweitern können? Was ist mit der hier? Ach, die hat schon einen Kumpel. Schade. Hier haben wir schon eine Erweiterung drin. Was ist denn hier mit dieser rosa? Da haben wir zwar zwei hintereinander, oder relativ eng hintereinander. Aber hier ist ja auch schon der nächste. Die ist auch schon erweitert. Also wir haben ja schon echt, echt ganz schön gestoppt. Das hier hin. Da haben wir ja. Und du hast hier richtig, ne? Weil sie nativ, ich weiß gar nicht, kriegen wir das auch an so einer in so einer Sonne. Klingt eigentlich auch, oder? Andererseits haben wir dann die alle auf der Seite. Das ist auch blöd. Ihr seht, ich bin jetzt noch nicht so ganz zufrieden. Doch, ich mach das hier nicht so. Entscheidungen sind dafür dann getroffen zu hören. Also, wenn man mit diesem ganzen Journal-Zirkus super entscheidungsunfreudig ist, dann macht man sich das Leben nicht schön. Kann ich euch sagen. Dann ist man einfach echt Gefangener des eigenen... Ach, gut. Wenn man zu langsam quatscht und dann zu blöd klebt, dann ist man auch Gefangener seines eigenen Schräglebens. Jetzt ist es besonders wichtig, diese Karte gerade zu halten. Wenn man schon schräg klebt, muss man wenigstens die Karte gerade halten. So, also ich möchte jetzt diese Seite hier verlängern. Und ich hoffe, dass dieses Vokabelpapier das aushält. Dass es nicht in sich zusammensackt, weil es plötzlich so ein starkes Papier als Partner bekommt. Ja, dieser Streifen ist jetzt schräg. Das Schöne ist, bei diesem Scratch-Tape, man kann drüber schreiben. So, ein bisschen sagt es, aber es kuchert man ja eigentlich... Man schlägt es ja nicht so auf. Also man hält es ja nicht so, man hält es ja so. Gut, so, da haben wir nämlich schon zwei Fragen. Und hier, zack, kommen wieder zwei drauf. Was haben wir denn hier? Welche Sprache würdest du wählen? Welchen Feiertag magst du? Was ist die großartigste Geschichte, die du gehört hast? Von welchem Fabelwesen würdest du dir am meisten wünschen, dass es wirklich existiert? Das finde ich super. Wann hast du Fahrradfahren gelernt? Super cool. Zack. Gekauft. So, das Einzige, was ich nicht machen darf, ist das Buch jetzt senkrecht halten. Vielleicht sollte ich oben noch so eine Kante einbauen, um die Seite zu stabilisieren. Bei dem Vokabeldings. Wir haben total wenig hier so... Tax-Ecken. Irgendwas. Hier könnte man vielleicht auch noch eine Ecke draufkleben. Also wenn ich mir jetzt hier so meine Kärtchen und so angucke... Ich habe eins untergebracht. Hier, guck an. Hier käme ein zweites oder könnte ein zweites hinkommen. Am besten so ein kleines. Hast du gelernt, ein Musikinstrument zu spielen? So, das ist da auch fein. Naja, wir haben ja auch noch keine Pockets oder irgendwas. Also wir haben hier ganze zwei von den Dingern untergebracht. Das ist jetzt nicht so viel. Dann gucken wir uns erstmal so die natürliche Sortierung der Signaturen an, die jetzt schon existiert. Bring unter, was wir jetzt gerade mal eben unterbringen können. Und dann müssen wir natürlich Lösungen hier für den ganzen Rest finden. Und da sage ich euch eins. Im Cover habe ich schon vier Sachen untergebracht. Gegebenenfalls kann man da natürlich noch so einen kleinen Streifen reinsetzen und dann auch wieder so eine Karte oder so einen Tag reinbringen. So, für diese Signatur habe ich zwei gewählt. Warum zwei? Weil ich hier schon was habe, was aufträgt. In zweifacher Form. Ihr seht's. Das sind so Sachen, die schon eh diese Signatur dicker machen als die anderen. So, die beiden möchten noch einen Wohnort haben. Möglichst einen weiter vorne, einen weiter hinten. Bleiben wir mal. Hier ist schon erweitert. Luise Heinzel möchte bestimmt erweitert werden. Also, nicht Luise selber. Das. Zack. Jupp. So, ich glaube, mein Scotchtape ist bald alle. Aber, das wusste ich natürlich vorher schon. Aber entsprechend für Nachschub gesorgt, weil ich da zwei Sachen echt nervös werde. Und zwar, wenn mein Junk-General-Kleber alle ist oder sich dem Ende neigt. Und wenn mein Scotchtape sich dem Ende neigt. Und wenn ich den gerade am Aufnehmen bin, dann ist das doch äußerst blöd, wenn ich zwischendurch auch stehe. Und mir neues Tape rollen muss. Und wenn ich hier gerade so schön im Labaflow bin, dann muss das da nicht unbedingt sein. Ganz beliebter Fehler bei mir ist auch immer, das Klebeband irgendwo draufzulegen. Ich habe es gerade schön dran gemacht, räume meine Reste weg und lege es auf die Klebeseite. Super Idee immer. Das hat mir schon einige graue Haare gekostet. So. Oh, das ist recht spack hier. Nach innen, aber das geht. So. So, da haben wir schon zwei Fragen. Was war das gefährlichste Erlebnis deines Lebens? Und gab es Situationen, in der du dich völlig geirrt hast? Was hältst du denn davon? Welchen Wochentag magst du am liebsten? Welche Aufgabe im Leben würdest du gern abgeben? Also, die beiden möchten hier wohnen. Das habe ich ganz deutlich gehört. So. Nehmen wir mal wieder so ein Leser-Heinsel-Papier. Wie viel habe ich denn hier drin? Ich glaube, da haben wir schon was drauf. Das könnte gut sein. Da haben wir auch was drauf. Ja. Ich finde, weil dadurch, dass das hier so eine glatte, weiße Rückseite hat, macht das total Sinn. Tja, schade Schokolade. Die müsste ich ein bisschen kürzen. Ja, und dennoch macht das da am meisten Sinn. Dann greife ich doch mal nach rechts und kürze hier einen Zacken. Was mich dann auch gleich wieder... Ha. Was mir gleich wieder ein, sagen wir mal, Benni-Band beschert, wo ich dann wieder einen Tag unterbringe. Äh, einen Tag und Tag. Das war hier schon die Begriffe durcheinander, meine Güte. So. Dieses Jenes möchtet ihr einziehen. Das ist ein bisschen elektrostatisch aufgeladen. Das heißt, wenn man das so rüberhält, das Klebetipp, dann zieht es das Papier an. Das ist ziemlich lustig und sehr hilfreich. Man weiß, dass es so ist. Was ich jetzt in diesem Journal nicht machen werde. Ich werde nicht jede einzelne Seite distressen. Ich werde nicht jeden einzelnen... Also nicht Tag, was auch immer ich hier reinsetze. Ähm... Nicht jede einzelne Erweiterung, nicht jedes einzelne Dingens. Ich werde die Fragen distressen, weil das finde ich wichtig. Hier einfach auch für die Übersüchtlichkeit, dass die Fragen einfach schön umrandet sind. Und damit werde ich schon gut zu tun haben. Ja, kennt ihr die Anzahl der Fragen? Boah. So, jetzt hätten wir zum Beispiel, mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben? Und welches... Was für ein Tier war dein Lieblingskuscheltier? Die beiden finde ich gut und passen sie zu. Wo würdest du morgen hinziehen und wohnen, wo dein Geld keine Rolle spielt? Und was war der größte Fehler, den du jemals gemacht hast? Ich finde, die Fragen sind sehr unterschiedlich und das gefällt mir. So. Die Menge an Fragen, die einen Wohnort brauchen, sinkt. Gut, jetzt haben wir erstmal unsere beiden Seiten untergebracht. Jetzt gehen wir das Ding mal durch. Hier vorne kommt auf jeden Fall, genauso wie da vorne, noch eine kleine Frage hin. Ne? Also. Du wirst auf einer einsamen Insel verbannt und darfst nur einen Gegenstand mitnehmen. Welcher wäre das? Finde ich super als Eingangsfrage. Was ist das lustigste deutsche Wort? Das möchte ich da haben. Okay. Here we go. So. Wie sieht das Projekt Weihnachten-Projekt aus? So, was haben wir hier? Ah, das ist eine ganze Seite. Das sind so kleine Fragen. Was magst du an anderen Menschen? Hier hinschreiben. Ich glaube, es ist ein Zufall oder Glück. Hier hinschreiben. Da passt noch etwas weiteres hin. Zum Beispiel Kaffee oder Tee. Auch hier auf diese Einzelseite passt noch was. Zum Beispiel denkst du, dass es ein Leben in einer Analancien gibt. Und da kommt jetzt ins Spiel. Wartet, wo habe ich es hingelegt? Ich habe hier noch so eine schöne Seite mit Linien. Und da reiße ich mir jetzt einfach so ein Stück drauf. Ich mache das möglichst gerade, dass ich davon noch mehr benutzen kann. Wichtig ist immer die Kante, die ihr disdressen wollt, nach unten. Jetzt habe ich hier was. Jetzt habe ich hier was Linien. Davon werde ich ein Näheres brauchen. Gerade bei diesen Seiten, bei denen es etwas durchschreitend ist. Oder ein kräftiger Farbhintergrund ist. Dann muss was dran. Also irgendwie so ein Teil zum Schreiben halt. Zum Beispiel jetzt hier ein. Glaubst du, dass es Leben in einer Analancien gibt? Ja oder nein? Zack. Die beiden wohnen jetzt hier. Die beiden sind besetzt. Jetzt sind wir hier. Die beiden sind auch besetzt. Die beiden sind besetzt. Hier ist es dann ähnlich. Die hat noch keine Frage, mein Wellen. Auf dem Wellen kann man auch schreiben. Das heißt, ich würde doch tatsächlich... Allerdings kann man da nur von einer Seite drauf schreiben. Also natürlich kann man von beiden schreiben. Schreibt man sich selbst ins Geschriebene und kann das Geschriebene nicht mehr lesen. Schleich ist mein Wellen, wenn du deinen Namen verändern würdest. Das ist ein Landstift auf der Reiseliste. Schraub. Untergebracht. Hier haben wir wieder das Gleiche. Zum Beispiel, welche Sprache würdest du gern fließend sprechen können? Dann haben wir jetzt hier so ein Stück. Das ist ein bisschen mehr Platz. Also... Die müssen wir hier irgendwie unterbringen. So, dann haben wir das. Ich habe immer noch kein Ecken hier gefunden. Nicht zu viele Ecken. Hier, genauso auf den Umschlägen. Wir können später noch... Aber ich glaube, ich weiß, wir haben genug Sachen, die hier zum Beispiel drauf gehen, die brauchen dann nur einen Teil zum Schreiben. Also, der geneigte Junkjournaler, der wird... Der geneigte Junkjournaler wird auf jedem Material schreiben können, auch den richtigen Stift dazu haben. Meine 93-jährige Oma wird wahrscheinlich einen Kugelschreiber benutzen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Nur hier mit Sicherheit die Linien vermessen und gar nicht wissen, wo soll sie hinschreiben. Wie auch. Also... Ich sag mal so, wir sind geübt. Die geht noch nicht so. Das war nicht schlimm. So, dann haben wir da auf jeden Fall den Umschlag... Haben wir hier noch irgendwas Umschlägen gehabt? Naja. So, die beiden. Das hier. So, hier hätten wir wieder so ein Wiesel-Heinzel-Herzchen. Welche versuche ich jetzt? Ja, genau. Das kommt hier aus Löllem. Vielleicht packen wir den noch mit rein. So, welche Art von Musik kannst du überhaupt nicht leiden? Sprichst du irgendwelche Dialekte? Das war wahrscheinlich ein etwas längeres Ding. Dann wieder gucken, wo ist die schöne Reißkante. Die ist hier. Auf der Seite. Also reiß ich hier runter. Schnipsel. So, wir machen hier noch hin. Ha. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben? Das ist jetzt diese schwere Seite. Genau. So, hier hatten wir bis jetzt die lange Frage für diese Seite. Vielleicht hier noch eine kurze Seite. Wie lange kennst du deine besten Freunde schon? So, eine sehr schöne Seite. Zack. Hier haben wir wieder einen Plätzchen für ein Kärtchen, aber ich habe noch so viele über. Hast du als Kind mal etwas geklappt? So, also hier. Nee, hier kann ich nichts unterbringen. Das Amschläuf ist süß, aber klein. Eigentlich kann das hier so bleiben, ne? Welche Art von Musik kannst du überhaupt nicht leiten? Kommt hier nach oben mit hin. So, jetzt sind wir hier durch. Festgestellt haben wir, ähm, es fehlen noch ganz schön viele Wohnorte für die Tags und die Kärtchen. Das war am genauesten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Stück möchte ich noch irgendwo wohnen. Ähm, wir haben noch eine ganze Handvoll Fragen übrig. Wobei, auch hier auf der Rückseite kommt natürlich auch noch eine. Die hier. Die beiden kommen auf Front und Back. Was haben wir hier noch? Da haben wir auch Front und Back. Oh, da haben wir noch gar nichts richtig Schönes. Ähm, das mit dem Haus. Würdest du lieber eine Woche lang dein Haus nicht verlassen dürfen und eine Woche nicht nach Hause? Was ist der wertvollste Gegenstand, den du jemals, den du mal verloren oder kaputt gemacht hast? Die beiden passen mir wunderbar. Gut, nichtsdestotrotz haben wir hier immer noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stück über. Zehn Tags, zehn Fragen. Und jetzt gehe ich hier mal auf Ideensuche. Und, ähm, werde mich dann gleich bei euch wieder melden, sobald ich meine Ideen hier im Start habe. Ne? Also. Ich schau mal eben, wie lange das Video schon läuft. Und dieses Video hat schon entspannte 29 Minuten, wenn ich nicht falsch lese. Dementsprechend machen wir das einfach so. Es gibt ein weiteres Video. Ich bereite das vor, was ihr noch reinmöchte. Und dann werden wir in dem nächsten Video die restlichen Fragen und die restlichen Inlays hier reinsortieren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, hier mit mir mal durchzustrukturieren, zu organisieren, was wohnt wo, was kann man wie lösen. Ähm. Genau, davon wird es noch zweites geben, mit dem Rest. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Mir hat es mega Spaß gemacht, hier das zu sortieren und euch auch so ein bisschen zu erklären, welches meine Gedankengänge dabei sind. Und ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dazu kommt und euch anschaut, wie es hier weitergeht. Also, viel Spaß beim Basteln und bis demnächst in diesem Kino. Also, viel Spaß beim Basteln und bis demnächst in diesem Kino.